Musik Aus internen Kreisen haben wir erfahren, dass die Polizei in Österreich zur Operation Paperstorm am 25. und 26. November Aktivisten observieren wird und wegen Lappallien mit auf das Revier nehmen will, um sie zu verhören. Dazu das Innenministerium. Sobald ihr irgendwelche Leute mit Benanimous-Masken seht, observiert die kurz und dann fragt die mal, was die da machen etc. Nur kurz aufs Revier mitnehmen, um die Personalien aufzunehmen. Mitnehmen sollen wir sie halt wegen irgendeiner Lappallie. Ein Mini-Verstoß, irgendwas findet man immer. Dass die dann nochmal für ein Verhör hier beordert werden, wo sie dann über ihre Tätigkeit bei Benanimous befragt werden. Die Versuche der Polizei uns öffentlich als Terroristen oder Gefährdung für die Gesellschaft darzustellen werden fehlschlagen und uns nicht von unseren Zielen abbringen. Eine Idee lässt sich nicht zensieren. Wir werden es nicht hinnehmen und tatenlos zusehen, wie man versucht und erscholtene Bürger, die sich gegen Unterdrückung wehren, einzuschüchtern, festzunageln und mundtot zu machen. Wir beobachten euch. We are Anonymous, we are Legion, we do not forgive, we do not forget, expect us.